Ja, hier gar nicht creepy, alles fotografieren. Sicher Buss, oder? Warum beim Aufwärts? Money! Du hast die Flammen. Oh shit. Was? Nein! Ja! Die ganze Gang kommt. Hey, mach das nicht! Oh oh. Spritzi voll! Ja, ich bin dabei! Geht nicht! Cozy! Ein Front! Spritzi voll! Oh, Barney! Jetzt zählen alle Hits! Ja, vor allem was sie für... was sie für Kling machen hier. Richtige Walls. I need you to hit! Special Agent Barney! Ja! Huiiii! Mom! Rischfeuerwerk! Oh, jetzt muss er, jetzt muss er alle sitzen! Wieso? Ja, wir sind gleich drin! Hey, ich will keinen Bienenstich haben! Oh! 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 Ich kann nicht sprich'n! Oh! Ich sag' ja Paartherapie! Paartherapie, Schatz, ich kann nicht spritzen! Das ist diversithen! Was hier für eine Scheiße? Oh Gott, wir wissen ja wie ich Bob fahre. Oh Gott. Oh shit. 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 Ich bin voll gestresst, für mich ist das ja einfach super entspannt, oder? Hahaha! Oh shit! Schon krass, wer kommt auf so eine Idee? Aaaahhh! Schiessen! Oh mein Gott, nein! zum glück nehmen wir keinen schaden der drehen uns ja das ist ja ganz lustig das machen wir glaubt noch mal das machen wir gleich richtig mischen im possible fehlungen so jetzt kommen den letzten ich glaube wir sind raus jetzt haben sie noch quallen im baum ja weil es ja nur zehn verschiedene richtungen sind das fußspuren also schön gemacht ist ja ja die schauschwichten pilze trofi pilze haben sie auch noch oh hast du das gesehen hier ja wozu moin ist das fußspuren richtiger trip jetzt brauche ich die sting so philips hue ja 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 wir sind voll drauf die pilze sind echt mega shit gewesen ja 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 langsam wird es richtig unrealistisch ha 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 also ich wird schon aber muss ja nicht das ist richtig boah ich muss gerade richtig gehen ich bin froh wenn mein kaffee wahrscheinlich wieder im haus ist hier ich habe schon wieder vergessen was sie kann was war das crash ein bruch ich bin aus dem baum raus Ah, da ist wieder so ein Ding. Ich bin mit Challenge. Ja. Ah, kann man uns jetzt abschießen mit den Dingern da? Ja, du musst auch da. Pissig. Ah, das ist auf dem Minispiel. Voll cool. Oh, okay. Oh, shit. Pissig. Yes. Pissig. Pissig. Wir sagen, wir kriegen hier gar keine Punkte. Warte, 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 zack. Nein, ich bin voll gegen die Tastatur gegen gefahren. Genau. Mann, ich bin so ein für diese Scheiße. Oh, Mann! Ja. Ja, komm runter, Peter. Aber sag mal, wieso kriege ich Punkte und du nicht? Ja, weil die bei mir am Ende ankommen hier. Bei dir nicht. Ach so, darum... Ja, lol, wenn du... Gut, dass du mir das erklärst. Ich habe das glaube ich nicht gecheckt. Hey, man! I'm a sharp shooter! Was ist kurz los? Wo ist im Auto irgendwo? Ja, besser ist's, ja. Ja, ich war grad AFK. Ja, mein Wurter hat grad die Hausaufgaben gefressen. Ich wusste kurz los. Scheiße! Rote Kein! Aua! Ah, du auch! Ja, das kommt vom Battlefield-Spiel. Oh Gott, dein Schnauze jetzt hier! Ich wollte dich nur einen Schmutz nehmen. Toll! Super! Hat gut funktioniert bei mir! Oh Gott! Äh, oh oh! Spritz ihn an! Ich kann nicht! Ich kann nicht spritzen! Schatz, ich kann nicht spritzen! Meine Spritze ist trocken! Ich glaube, wir hören jetzt wieder auf! Pärchen Games auf der Couch, Alter! Schatz, ich kann nicht spritzen! Meine Spritze ist trocken! Warte, ich helfe dir! Oh Gott, ey! Sind doch noch nicht raus! Ich kann das jedem Pärchen, was ihr zuguckt, nur empfehlen! Spielt es mal auf der Couch! Abends! Da seh' ich euch! Oh, jetzt aber! Ja, ich kann es sehen! Let's clean up in Sprackland! Ich bin der Endgegner! Ah, der Spion doch! Der Agent! Der Agent! Was ist das? Oh Gott! Es ist Arena! Ah! Ah! Ich bin auch so ein Käferlo! Klar, mein Auto eben ist sowas schon ready! Oh! 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 Hup! Hup! Bester Spawn! Ausch! too strong! Too strong! Ja, mach doch einfach mal! Das sind mal an, wenn er draufsteht! Ah, hier die Dinge! Ja, wenn du mal warst. Wachen wir uns, Spanien. Ja, wenn es nicht rumliegt. Das hat ein Gefühl. Was ist das? Wichtiges Movement-Krippel. Ja, man kann es auch übertreiben, du Käfer. Ja, jetzt. Du! Ja, wenn du mal richtig treffen würdest. Ja, ich wollte ein Startsitz. Nee. Jetzt kannst du das Ding gar nicht ausw... Oh Gott, ich muss mir... Mir, wie sagt man? Das Ring. Oh nein! Ja, Alter. Nein! Der ist wirklich am härtesten bis jetzt. Du musst an so vieles denken, oder? Der ist nicht nah gelaufen, oder? Nein, nein. Jetzt! Nein! Ich bin jetzt schon zehnmal gestorben. Yeah! Easy! Ja, das war also... Kein Problem für uns. Wer das jetzt gemacht hat... Warte, warte, warte! Don't kill me! I'm just a beetle! I don't even like the wasps! So why are you on their side? I'm a mercenary! I'm five for anyone who pays me food and shell poop! What food? Huh? Worms? Slugs? Larvaie? No! I'm a vegetarian! And gluten-free! I get paid Nektar! Okay. Well, uh, you know the queen? She has all the nectar. Huh? So if you help us take her down, you can have as much nectar as you want. I can? Yes! He can have it all! Oh, yummy! Oh ho! What? What are we waiting for? Come on, Japan! What are we waiting for? Let's go! Let's go! Yeah, Cody! I'm trying! Yeah, Cody! I'm trying! Yeah, Cody! Hey, people! Slow down! Cody! Cody! Slow down! I can't! Stop Maxi driving! Hey? Shoot them! Kill them, eh? Stop Maxi shooting! Stop Maxi shooting! Oh, next! Yummy! Tommy! Yeah, we will ja auch gleich tot sind! Ich kann hier nichts kaputt machen! Du musst springen! Ja, jetzt habe ich es gemerkt! Hahaha! Du Arsch, ey! Ja, aber für was ist denn schießen? Ja, für die Viecher! Ja, jetzt bin ich wieder schuld! Na klar! Wer denn sonst? Ich habe es nicht verkackt gerade! Nein, definitiv nicht! Oh shit! Ja, das regeneriert auch gar nicht! Oh Gott! Hey! Du solltest nicht uns getötet werden, wenn du diesen Nektar möchtest! Oh Gott! Hey! Ich schätze dann gleich tot! Ja, nicht mehr! Still no! Shoot them! Nice one, May! Ja, denn zeig mal was du kannst hier! Ja, mit allem Leben! Ja! Ja! Da konnte ich nichts dafür, weil ich konnte nicht schießen! Jaaa! Ich konnte nicht anvisieren! Jaaa! Ich konnte nicht anvisieren! Jaaa! Mein Fadenkreuz war weg! Jaaa! Ich vergrill! Ich bin ja gerade hier! Hey! Beetle! We're running out of trees! I got this! I believe! Hahaha! I believe! Wir müssen direkt rein ins Herz! Beetle, 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 Beetle! Uh oh! Ah! We're going on! Oh come on, come on, come on, come on! Aaaaaaah! Ah! 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 dann habe ich mich verhört hör mal die bienen ja ja bin schon bei das war nicht was bringt aber man kann rundum fahren ja das macht mehr schaden das sind einfach die roten punkte wir müssen rumrutschen Das Ding oben ist auch voll, ist rot. Hä? Was ist das? Voll, voll. Gehen wir rum, oder? Äh, ja. Ich finde, na auch noch voll. Oh, Gott. Das ist ja wieder geil. WTF? Oh, shit. Ah! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ah, komm! Ah! Ah! Kann man ihn auch nicht treffen? Nee. Oh, shit. Ah, falsche Kamera. Oh, mach. Oh. Kann ich nicht? Ah, coloursche. Hach. Oh, fuck. Jetzt kommt doch ein bisschen nach unten! Hutzack! I'll send you back to the Squirrels in Pieces! Heee! Heee! Nein! Jetzt müssen wir gleich rum, oder? Vorne hat er nichts mehr. Hier kommt ein Schnabel. Ja, hier hinten auch. Nein! Der hat doch kein rotes mehr. Nein, wir müssen hinten rum. Hinten ist er voll. Juuu! Ohhhh! What the f- Okay. Holy cow! We really pissed her off! Ah nein, das ist noch nicht tot! We're barely holding on! Time to seal the deal! Do it! Ich seh gar nichts! Ich mach einfach! Achso! Jetzt müssen wir noch leer tasten, gell? Ja! Oh shit! Ich muss die Kette oben treffen! Jetzt! Kette! Ja! Ja! Also die Kette ist voll da! Super! Boah! Ja! Boah! Ja! Boah! 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 Schwenk! Boah! ta wir haben es geschafft ich bin die Wasp Queen und ich werde dich schau dir ach, sie ist ein kleiner Bumblebee sie ist sehr süß und süß nein nein nein, ich bin die Wasp Queen sie ist eine Fülle nein nein, ich habe gesagt, sie ist eine Roboter Oh Gott, jetzt müssen wir an der Ritzen auf einer Hummel. Ich bin sehr festig. Für Kinder ab 6 Geigen. Spätzle-Effekte. Den ganzen Baum vernichtet. Michael Faye. Jetzt heul doch nicht. Ich habe nichts zu leben für jetzt. Ich bin nicht mehr eine Wasp-Queen. Was ist der Grund, wenn du nicht so bist? Aber du bist so. Du bist so. Du bist einer der noblest pollinanten in Natur. Ich bin? Ja, natürlich. Bees pollinate crops die 90% der human population. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin ein Speicher. Nein! Du bist ein Traitor. Du zwei? Warum hast du nicht gebeten den Traitor? Sie hilft uns zu retten. Ja, ich bin ein Speicher. Ja, und alle Wasp sind weg. Ich meine, wir müssen sie nicht gebeten. Ja. So you're on the same team now? Shoot them all! Jaw싸. Ja. Kommand dich mit dir. Hey, wir haben wir mit dir. Hey, wir haben uns ja mit dir. Ha ha ha. Du fahren. Uh oh. Au, schon wieder ich. Kann ja was werden, ne? Oh Gott! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR